Nächstes Mal bei Bauerledig Sucht. Eine fröhliche Exkursion für unsere Bauern und Hofdamen. Was für ein Bild! Halleluja! Wir werden ganz viel Spaß zusammen haben. Wir werden auch natürlich über die Liebe reden. Geheimnisse werden gelüftet. Frauen, Neuigkeiten! Und heikle Fragen gestellt. Wir haben gesehen, ihr passt eigentlich zusammen. Was läuft im Moment? Bauerledig Sucht. Donnerstag, 20.15 Uhr auf 3 Plus.